Wer sich in der AHS-Oberstufe Latein oder die zweite lebende Fremdsprache sparen will, hat ab dem kommenden Jahr eine spannende Alternative. Denn ab dann besteht die Möglichkeit, Gebärdensprache zu erlernen und darin sogar zu maturieren. Der Bildungsminister Martin Polaschek hat erklärt, dass damit ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Inklusion im österreichischen Schulsystem gelinge und gleichzeitig eine Wertschätzung für alle gehörlosen Menschen in Österreich darstelle. Auch die Präsidentin des Gehörlosenbundes, Helena Jammer, hat sich zufrieden gezeigt und hat mit der Einführung des neuen Lehrplans betont, dass es ein erster Schritt zur Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache in der Bildungspolitik markiere. Das neue Schulfach kann übrigens auch als Wahlpflichtgegenstand ausgewählt werden.